Herzlich Willkommen zum Tuk Tuk Fag. Starte ich direkt rein dann? Im letzten Video haben wir es ja angekündigt, dass wir hier mal so ein kleines Fag machen, worauf man achten sollte, wenn man ein Tuk Tuk bucht. Ich habe mir hier sogar Notizen gemacht für das Video, damit ich nichts vergesse. Starten wir einfach mal rein. Ist ja ungewohnt alleine hier zu sitzen. Wer ist Tuk Tuk Rental? Das Ganze ist eine Firma, was wir besonders cool finden, die gar keine eigene Flotte hat, sondern sie leiht sich die Tuk Tuks von Privatpersonen hier in Sri Lanka. Wenn du zum Beispiel jetzt hier hingehst und sagst, du möchtest ein Tuk Tuk mieten, dann haben die irgendwie so ein Pool von Leuten, von Tuk Tuk Fahrern, die gesagt haben, okay, wenn ihr jemanden habt, der eins haben will, dann gebe ich meins, stelle ich das zur Verfügung. Die holen das dann ab, checken nochmal, ob alles damit in Ordnung ist und übergeben dir das dann. Was wir aber ganz cool finden, dass dadurch das Geld nicht in einer Firma bleibt, die sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500 Tuk Tuks hier gekauft hat, sondern dass das Geld so im ganzen Land verteilt wird. Was gleichzeitig aber auch ziemlich cool ist, dass man hier generell in Sri Lanka, wenn man sich so ein Tuk Tuk ausleiht, dass es so ein gängiges Mittel ist, hier eigentlich durchs Land zu reisen und dass man dann gleichzeitig irgendwie dasselbe gefährt hat, womit hier gefühlt 80 Prozent der Locals auf den Straßen unterwegs sind. Also ich weiß gar nicht, Mietwagen kann man sich sicher auch nehmen in Sri Lanka, aber ich habe so das Gefühl, dass es gängiger ist, wenn man selber fährt, sich sogar hier ein Tuk Tuk mietet und damit fährt. So und dann direkt die meistgestellte Frage, die wir bekommen haben, braucht man für ein Tuk Tuk einen extra Führerschein? Nein, man braucht keinen extra Führerschein, man braucht aber eine Fahrerlaubnis hier in Sri Lanka dafür. Die bekommst du aber ganz einfach mit deinem lokalen Führerschein von zu Hause oder auch mit einem internationalen Führerschein. Damit musst du dann in Colombo im Büro gehen, kannst das Ding dann vorlegen und damit kriegst du dann die Fahrerlaubnis hier für Sri Lanka. Wenn du dir den Behördengang sparen willst und direkt bei Ankunft ins Tuk Tuk steigen willst, dann kannst du auch deine Unterlagen an Tuk Tuk Rental schicken. Die übernehmen dann diesen ganzen Umtausch gegen kleinen Aufpreis und dann kannst du dir den Behördengang sparen. Und mit der Frage wurde auch gleichzeitig oft gestellt, ob es hier ein Mindestalter gibt, weil für Mietwagen ist ja manchmal so ein Mindestalter irgendwie von 21 oder 24 Jahren. Dass es hier beim Tuk Tuk ist das völlig egal, wenn du einen Führerschein hast, dann darfst du auch fahren. Sie haben uns gesagt, dass sogar hier mal ein Tourist war, der war in seinem Heimatland, durfte er mit 17 Auto fahren und er durfte dann mit 17 hier auch Tuk Tuk fahren. Wie läuft der Buchungsprozess jetzt bei dem Ganzen? Ist eine Sache, die solltet ihr definitiv nicht vergessen beim Buchen und das ist unser Rabattcode. Ja, wir haben Rabattcode für euch. Es ist GEMA Reisen und damit bekommt ihr mindestens fünf Prozent auf die Buchung. Je nach Saison ist es ein bisschen höher, aber mindestens fünf Prozent. Und der gilt jetzt für immer. Ansonsten ist es echt easy. Geht einfach auf die Website, dann füllt ihr ganz normal eure Daten aus, wo ihr das Ding abholen wollt, wo ihr es abgeben wollt und werdet dann durch den Buchungsprozess durchgeleitet. Könnt noch ein paar Extras wählen, auf die können wir gleich noch ein, was man überhaupt alles so dazubekommt oder dazubekommen kann. Dann wird euch der Preis angezeigt und bezahlen könnt ihr auch mit PayPal, Kreditkarte und bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar mit Kryptowährungen, bin mir nicht sicher, ob ich es gesehen habe oder gerade verwechselt. Und dann ist das Ding gebucht. Ja, das Einzige, wo ihr gucken solltet, ist ein bisschen bei eurer Reiseplanung, wo ihr das Tuk Tuk abholen und abgeben wollt. Abholung und abgeben ist in Negombo oder am Flughafen in Colombo ist es kostenlos. Ansonsten kostet es Aufpreis, wenn man es irgendwo im Land hinterher stehen lassen will. Das wird dann aber angezeigt, wie viel Aufpreis das ist, aber es kann schnell recht teuer werden. Außerdem vielleicht noch ein Thema bei der Buchung, das vor allen Dingen für uns Deutsche sehr wichtig ist, ist eine Versicherung. Da muss man sich nicht extra darum kümmern, wenn man hier mit dem Tuk Tuk fährt, sondern das ganze Ding kommt mit einer Versicherung. Das heißt, wenn ihr Unfälle baut, die jetzt nicht fahrlässig sind, weil ihr mit 90 in der Kurve aus der Bahn geflogen seid, dann übernehmt Tuk Tuk Rental die Kosten bzw. die Versicherung. Also da müsst ihr euch um nichts weiter kümmern. Ihr seid safe abgesichert hier. Wo kommt das Gepäck hin? Das Ding ist kein riesiger Kofferraum, aber es hat hinten eine Gepäckablage, wo auf jeden Fall ein Backpack reinpasst, wenn man stapelt vielleicht sogar zwei und je nachdem, mit wie vielen Leuten man unterwegs ist, passt auf die Rückbank auch noch was. Also wir sind zu zweit unterwegs und unsere zwei Backpacks und Tagesrucksacke passen auf jeden Fall problemlos rein und es würde sogar, vielleicht nicht ganz bequem, aber noch eine dritte Person Platz finden, wenn sie da sitzt. Was mache ich, wenn es regnet? Ja, das Tuk Tuk ist zwar gerade an den Seiten ist es offen, wie man es jetzt gerade sieht, aber wenn es regnet, dann kann man rechts und links so Plan drunter machen, die kann man noch festmachen und dass man selbst für den Fahrer noch so kleine Aussparungen für den Spiegel hat und auch bei Regen fahren kann. Vorne ist sogar ein Scheibenwischer, der hin und her geht. Das einzige ist, wenn es jetzt so richtig monsoon-artig schüttet und so, dann ist es vielleicht besser, ranzufahren und das Ding den Regen kurz abzuwarten. Aber ansonsten ist auch Regen fest. Wie funktioniert die Navigation? Ja, so ein Tuk Tuk hat jetzt kein eingebautes Navi oder Carplay vorne mit drin. Was es aber gibt, ist eine Handyhalterung und USB-Ladegerät, dass man das Handy vorne vor seinem Lenkrad vorne dran klemmen kann und dann einfach mit, wie heißt denn, Google Maps oder Mapsme navigieren kann und gleichzeitig auch das Handy aufladen kann. Kann ich auch mein Surfboard damit transportieren? Ja, es gibt sogar eine Surfboard Halterung, die man sich glaube ich für 1 Euro am Tag dazu buchen kann, dass die dann direkt oben mit aufs Dach drauf kommt und dann kannst du auch durch ganz Sri Lanka dein Surfboard hin und her transportieren. Ich glaube, das Limit ist sogar bei drei Surfboards darf man glaube ich hier transportieren auf dem Ding, aber musst du selber noch mal gucken, wenn du hier mit so einem Ding unterwegs bist. Wie ist das mit Anschnallgurten oder einem Kindersitz? Anschnallgurte gibt es keine im Tuk Tuk. Ich weiß auch nicht, wie da so die Differenz gemacht wird zwischen Moped und Auto, weil Auto ja Anschnallgurt, Moped nein und das Ding ist ja irgendwie so dazwischen, aber gibt es nicht Anschnallgurte. Was man aber dazu buchen kann, ist ein Kindersitz. Den kann man dann hinten auf der Rückbank befestigen. Wie das dann genau aussieht, müsst ihr vielleicht noch mal auf der Website gucken, wenn das in Frage kommt oder da nochmal Rücksprache halten, was das für ein Kindersitz ist im Detail, aber es auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, so ein Ding dazu zu buchen. Ja, das ist eine Frage, die hat jetzt nicht zwingend was mit der Ausstattung von dem Tuk Tuk zu tun, aber irgendwie doch, weil es ein Ausstattungsding ist, was man dazu buchen kann und das ist der Transfer von dem Tuk Tuk. Wenn du nämlich Bock hast, von Candy nach Ella mit dem Zug zu fahren oder zwischendurch, der Hund ist wieder da, kleinere Strecken mit dem Zug fahren willst, dann gibt es den Service von denen, dass sie das Tuk Tuk für dich sozusagen überführen. Du kannst dann irgendwo, der leckt mich die ganze Zeit ab, da kommt der Nächste. Du kannst dann einfach Bescheid sagen, okay, hey, ich bin jetzt gerade in Ella, ich möchte morgen, ja wahrscheinlich ein bisschen weiter im Voraus Bescheid sagen, ich möchte dann und dann nach Candy mit dem Zug fahren und dann kommt jemand, während du im Zug bist, fährt er mit dem Tuk Tuk die Strecke und ja, kannst dann einfach, wenn du da bist, kannst du wieder einsteigen. Was mache ich, wenn ich eine Panne habe? Ja, das Tuk Tuk hat drei Reifen und es kommt mit einem Ersatzreifen und deswegen, wenn du irgendwie mal einen Platten hast, dann kannst du das Ding einfach wechseln bzw. dir irgendwo helfen lassen. Also es gibt ja echt im ganzen Land gibt es überall Werkstätten und Tuk Tuk Werkstätten oder auch Leute, die kennen sich so mit Tuk Tuks hier aus, weil fast jeder so ein Ding gefühlt hier hat und deswegen wirst du da auch schnell Hilfe finden, wenn du wirklich mal ein Problem hast und ansonsten ist auch der Support von Tuk Tuk Rental ist immer erreichbar über die WhatsApp Gruppe oder die WhatsApp Nummer und da wirst du auf jeden Fall nicht alleingelassen auf der Straße. Wie schnell fährt so ein Tuk Tuk? So ein Tuk Tuk, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schnell das fährt, weil Maximalgeschwindigkeit hier ist 40, deswegen solltest du auch nicht viel schneller als 40 fahren und haben wir natürlich bisher auch nicht gemacht und deswegen kann ich nicht sagen, wie schnell so ein Tuk Tuk fährt. Auf jeden Fall, es würde schneller fahren als 40. Dadurch, dass die Geschwindigkeit so rüber ist, vielleicht aber schon mal die Info vorab, dass man für Strecken, die jetzt irgendwie 100 Kilometer so weit weg sind, schon mal zwei bis drei Stunden einplanen sollte, wenn man die Strecke fährt. Wie weit kommt man mit einem vollen Tank, mit einem Tuk Tuk? Uns wurde gesagt, ungefähr 150 Kilometer. Also klar, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, dann ist die Strecke vielleicht ein bisschen kürzer, aber so um die 100 bis 150 Kilometer solltet ihr mit einer Tankfüllung kommen. Ist es schwer, so ein Tuk Tuk zu fahren? Ne, eigentlich nicht. Also am Anfang ist es halt mega ungewohnt, weil das Tuk Tuk hat keine Automatik, das heißt, du musst selber schalten. Das macht man vorne am Lenkrad, hat man sozusagen links, hat man dann seine Kupplung, was sonst wie so eine Bremse am Fahrrad ist und damit schaltet man auch durch die Gänge und rechts gibt man gast wie bei so einem Moped und die Bremse ist beim Fuß wie mit dem Auto. Also es ist einfach so kognitiv, so ein paar Sachen, die man für sich im Kopf ein bisschen anders umsortieren muss, aber man bekommt auch eine Fahrstunde, wenn man das Tuk Tuk abholt. Also es ist da ungefähr eine Stunde, wo dann jemand mit einem um das Tuk Tuk rumgeht, einmal sagt, wo man was findet, den Ersatzreifen, dann setzt er sich auch mit einem hinten ins Tuk Tuk rein, fährt mit einem ein bisschen rum, sagt, erklärt einem, wie man schaltet, wie man so einen U-Turn mit dem Tuk Tuk macht und danach auf jeden Fall geht man mit dem Gefühl raus, dass man auf jeden Fall ansatzweise weiß, wie das Ding fährt und dann am Ende ist es einfach, man muss es ausprobieren, wenn du bisher nur Automatik gefahren bist, dann wird es auf jeden Fall ein kleines Abenteuer, aber es ist auch nicht unmachbar, dann lernst du halt, wie man schaltet hier. Ja, ist auch kein Ding. Das würde mich mal interessieren übrigens, wie ist das, wenn man einen Führerschein heutzutage macht, lernt man noch schalten? Was außerdem auch ganz cool ist, von Tuk Tuk Rental gibt es auch so ein, wie so ein Mini-Videoguide zu, wie fahre ich einen Tuk Tuk in Sri Lanka. Das verlinken wir hier unten drunter auch das Video, da wird man auch ein bisschen abgeholt. Es geht nicht direkt um eine Fahrstunde, aber generell so ein paar Infos zu den Straßen in Sri Lanka, wie das alles abläuft. Ist der Verkehr schlimm hier? Das ist glaube ich Ansichtssache, ob man es schlimm findet oder nicht. Also ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir schon relativ viel in Asien gereist sind, auch viel mit dem Moped unterwegs waren, auch auf sehr vollen Straßen und vollen Gegenden unterwegs waren, wie in Vietnam oder in anderen Ländern. Deswegen ist dieser Grundverkehr in Asien, stresst mich halt nicht. Also ich weiß halt, dass das immer ein bisschen gewuselt irgendwo stattfindet. Wenn das jetzt die erste Asienreise ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang so ein bisschen Overload ist von den Verkehrsmitteln, die alle so unterwegs sind und das rechts und links teilweise überholt wird. Aber es ist auch was, man gewöhnt sich da einfach dran. Also spätestens an Tag zwei wirst du, glaube ich, einfach Spaß haben. Außerdem ist eh die Grundgeschwindigkeit hier in Sri Lanka ja recht begrenzt, würde ich sagen. Also das Tuk Tuk, wie ich ja gesagt habe, ist irgendwie bei 40 kmh. Deswegen ist es auch so ganz angenehm, glaube ich, deinen Verkehr reinzufinden. Einzig, wenn ein Bus kommt, ist aber egal, in welchem Verkehrsmittel du bist oder zu Fuß, geh einfach aus dem Weg. Also Busse ist echt crazy, wie die hier fahren. Aber mit dem Tuk Tuk nimmst du auch nicht so viel Platz ein, dass du da auch schön am Rand immer fahren kannst. Und eine Sache, die ich zumindest persönlich so finde, ist dieser Verkehr in Asien. Der wirkt zwar auf den ersten Blick so super chaotisch und wuselig, aber irgendwie es ist trotzdem ganz cool, weil niemand so richtig auf seine Vorfahrt beharrt. Alle hupen so ein bisschen, aber es ist immer nur eine Ankündigung, wer gerade kommt. Und es ist nicht wie in Deutschland, dass es dann irgendwie, es ist rechts vor links und derjenige, der kommt, der hat auch seine Vorfahrt und fährt einfach. Sondern jeder achtet auch ein bisschen auf wen, wer rechts und links fährt und hat die Augen generell für alle offen, weil es aus meiner Sicht ein bisschen angenehmer macht. Aber da gibt's wahrscheinlich auch andere Meinungen. Achso, eine Info noch. Hier ist linksverkehr. Wie teuer ist es, so ein Tuk Tuk hier zu mieten in Sri Lanka? Das hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, wie lange du das Tuk Tuk mietest oder von wo du das Tuk Tuk abholst und auch wieder zurück gibst oder ob du so Sachen wie diesen Zugtransfer mit dazu buchst. Deswegen gibt's da verschiedene Staffeln. Das wird auch günstiger, je länger man es, also günstiger pro Tag, je länger man das Tuk Tuk mietet. Deswegen packen wir dir einmal den Link unten in die Videobeschreibung, wo einmal diese Staffel aufgelistet ist, wo du selber gucken kannst. Die haben wir auch mal ausgerechnet. Ich muss dann einmal kurz in meine Notizen gucken. Wenn du dir für drei Wochen ein Tuk Tuk mietest mit unserem Rabattcode, dann bist du ungefähr bei 420 Dollar. Also für drei Wochen ohne Sprit. So und jetzt am Ende noch ein Punkt, den wir besonders bei Tuk Tuk Rental mega vorbildlich und echt gut organisiert finden und das ist einmal der Support und Community. Also Support, du erreichst eigentlich rund um die Uhr irgendjemanden bei WhatsApp. Wenn du jetzt irgendwelche allgemeinen Fragen hast, die jetzt nicht wichtig sind, wird vielleicht mitten in der Nacht keiner antworten, aber wenn du wirklich ein Problem hast, dann wird dir auch da jemand antworten. Und gleichzeitig haben sie eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Tuk Tuk Fahrer, die gerade hier in Tuk gemietet haben, in Sri Lanka drin sind und wo wirklich wie so eine kleine Community entsteht, dass sich Leute austauschen über Reisetipps, dass teilweise gefragt wird, wer irgendwie die und die Tour miteinander machen will, dass sich Leute auch verabreden, wenn sie in derselben Stadt sind, dass sie zusammen irgendwie was trinken gehen. Wir haben es auch schon mitbekommen aus der Community, dass sich Leute echt gefunden haben, die dann irgendwo in Arogam Bay zusammen Abendessen waren. Also das ist echt geil gelöst und so haben wir es bisher noch in keinem Land bei keinem Anbieter von irgendwas so richtig mitbekommen, dass wirklich so eine Community geschaffen wird. Und dann noch eine Sache, die wir auch ziemlich cool finden bei Tuk Tuk Rental ist, wenn du deine ungefähre Reiseroute schon kennst oder so Spots hast, wo du auf jeden Fall bist, dann kannst du denen das durchschicken und sie haben auch noch Reisetipps für dich zu Aussichtspunkten, zu lokalen Unterkünften, zu Sehenswürdigkeiten, was alles vielleicht nicht so mega bekannt ist hier in Sri Lanka, wo man vielleicht auch ein bisschen schwieriger mit Bus oder Bahn hinkommt, aber mit deinem Tuk Tuk ist es halt kein Problem, da hinzukommen und auch solche Orte zu besuchen. Wie ist es in der aktuellen Lage, in Sri Lanka mit dem Tuk Tuk zu fahren? Ja, wir haben überlegt, dass wir jetzt hier keine große Antwort zu der Frage machen, weil sich die Situation sowieso von Tag zu Tag ändert, sollte dich das aktuell betreffen und du gerade planst, mit dem Tuk Tuk durch Sri Lanka zu reisen. Also wir haben gerade Juli 2022, dann haben wir dir hier einen Blogbeitrag verlinkt, wo wir versuchen immer bestmöglich die aktuelle Lage aus unserer Sicht festzuhalten. Da kannst du draufklicken und dich einfach mal durchlesen und dir einen Überblick verschaffen. Solltest du das Video erst ein bisschen später sehen, ein paar Monate später, ein paar Jahre später, da kann die Lage wieder ganz anders aussehen. Daher macht es auch nicht viel Sinn, die Frage jetzt hier ausgiebig zu beantworten. Aber wie gesagt, für alle anderen, wir haben diesen Blogbeitrag und solange wir durch Sri Lanka reisen werden, werden wir den auch versuchen, bestmöglich up to date zu halten. Eine Sache können wir darüber sagen, dass wenn du dein Tuk Tuk mit Tuk Tuk Rental gebucht hast, sie werden dich auf der Straße nicht alleine lassen mit den Spritproblemen gerade, sondern versuchen auch in der WhatsApp-Gruppe mit dem Support bestmöglich Infos zu verteilen, wo gerade Sprit verfügbar ist oder teilweise verteilen sie auch, also versuchen sie Sprit an Orte zu bringen, wo Leute gerade sind mit ihren Tuk Tuks. Das war unser Tuk Tuk Fact. Ich hoffe, das hat alle Fragen beantwortet. Ansonsten, falls du noch Fragen hast, pack sie gerne unten in die Kommentare. Und ja, das war's. Damit sage ich Ciao und ich habe mein erstes YouTube-Video alleine aufgenommen. Wie mache ich das? Ich mache alleine Outro-Time? Ja, mach mal. Okay. Hier könnt ihr den Kanal übernehmen. Übernehmen. Ihr könnt den Kanal nicht übernehmen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum nächsten Video. Hier kommt ihr zum letzten Video. Das machen wir sonst immer andersrum. Und hier kommt ihr zum Journal. Ciao.